Was? Ja? So. Gucken wir mal weiter. Die kennen wir doch. Oh, habe ich mich erschrocken. Ach, diesmal schreit es uns wenigstens nicht so an. Was ist denn hier passiert zu reden? Ich habe ihn so gefunden. Er muss mit einem mächtigen Satz aus dem Raum gesprungen sein. Was sollen wir nur machen? Er ist doch... Aber... Hätte er nur zugelassen. Ja, stottern hilft gerade sehr viel. So beruhigt doch. Woran hat er ja meistens gearbeitet? Bitte erzählt. Meister Brugbert arbeitete in deinem Labor. An seiner Beschwörungsformel. Ah, ja, okay. Was wollte er denn beschwören? Hm, Beschwörungsformel sehr vage, wie ich es sei, da haben, was passiert ist. Ich sammelte draußen Kräuter, als ein Greller-Nichtblitz begleitet durch einen gewaltigen Donner auf dem Turn herabfuhr. Der ganze Boden erzitterte und ich wurde zu niedergebrochen. Ja, ja. Und dann, sah ich das erst. Ein Riss im Sphärengefugel. Direkt über dem Turn. Als ich mich wieder gesammelt hatte, eilte ich stehenden Fußes zum Labor. Ja, fand ich es hier vor. Was auch immer das ist. So, irgendwie müssen wir am Meister doch helfen und ich weiß nicht, wie lange die Büttel uns Zeit geben können. Wenn hier noch ein Pulk abergläubischer Bauern hereinstaubt, verstümmert sich die Lage nur. Ja, allerdings. Ich weiß nicht. Der Meister ohne ihn, ich... Besinnt euch. Es muss einen Weg geben, dies hier ungeschehen zu machen. Ja, wir... Wir könnten versuchen, die Tür zum Labor zu öffnen. Dort muss der Ursprung des Sphärenrisses sein. Sie lässt sich mit dem Objekt, das der Meister in den Händen hält, öffnen. Äh, toll. Ja, ich nehme sie, glaube ich, lieber mit ins Labor. Sicher ist sie hier. Nun, da sollten wir uns gemeinsam die Dinge im Labor stellen. Ich kann nicht mit euch gehen. Mein Meister braucht mich hier. Ich muss versuchen, ihn zu befreien. Nun gut. Das ehrt euch. Dann bleibt bei eurem Meister sicher, wäre ich mit dem, was noch immer dort dauer mag, auch alleine fertig. Okay. Ah, jetzt sehe ich das erste. Der Werte meistert in den Stase verfallen. Ähm. Hm, komische Tür. Die Einzelteile sehen mir sehr nach Zwergenberg aus. Dann kann es ja nicht allzu lange dauern, bis wir sie aufbekommen. Gut, versuchen wir es. Ah ja, wir müssen das irgendwie passend hindrehen, würde ich sagen. Können wir die hier wegen, dann können wir nicht. Wir können nur die einzelnen Ringe drehen. Hm. Ich würde mal sagen, so, dass das hier offen steht. Ich habe auch schon eine ungefähre Idee, wie... Das hier ist ja das kürzeste Teil. Das muss nur hier reinpassen. Genau. So. So. Und das hier muss... Okay. Das dreht sich von selber so. Na, passt nicht ganz. Jetzt muss ich erst mal das Äußere wieder justieren. So. Dann passt das ja schon fast. So. Und ein Rezip gelöst. Sehr schön. Kurz ein Kriegs-Safe machen und dann gucken wir mal, was... ... jetzt hier drin erwartet. Na, ein Auto-Safe kommt auch gleich hinterher. Es dürfte also was... ...garstiges sein. Das ist in der alten Kiste. Ein einfacher Verband. Den nehme ich doch gerne mit. Aua. In was für einem Ritualraum sind wir jetzt gelandet? Feuergeister. Wie stark? 50. Aber es sind 5 Stück. Mh-mh. Könnte lustig werden. War, weil ich nicht weiß, wie die mit... ... auf meinen Volvedictus reagieren. Na, gucken wir mal. Viel Schaden scheinen sie ja nicht zu machen. Aber ich habe Angst, dass aus diesen Feuerdingern... ... dann gleich noch mehr entspringen. Okay, ich mache mal eine Massenheilung. Was? Sanyasa! ... während alle anderen... ... weiter ordentlich draufhauen. So, dann mal gucken, dass ich die loswerde, die Pfeires angreifen. Was ja so gut wie jeder ist, gerade irgendwie. Pfeires sollte sich selber ganz schnell heilen. Koano-Sternen-Staub werfen. Und vorgekommen ordentlich draufhauen. Das war's schon mal mit Pfeiris Dann sollte Koano lieber einen Einen Bersaft trinken Und vorgehen wir auch gleich ein Dann brezeln wir jetzt erstmal den weg Der fast kein Leben mehr hat So, es ist da nur noch einer Den könnt ihr ruhig angreifen Wenn ihr so nett wärt Äh, wo bin ich? Ich stehe da und feiere es Sollte ich gleich mal heilen Denn da kommt ein großer Feuergeist Okay, ich dachte schon, der hätte jetzt ein paar Hundert Lebenspunkte Und das war's schon wieder mit Pfeiris Du kriegst einen Kugelblitz von mir Sofern ich das überlebe Nein, da hat sich's mit dem Überleben Oh, Grimm sollte noch einen trinken Koano sollte noch einen trinken Ich sollte auch mal einen trinken Und von Grimm trägt gleich noch einen Angriff! Okay, das könnte jetzt etwas Schlecht Du Quano, du sollst nicht so rumstehen Mach ihn tot Ah, Gott sei Dank Ihr lebt! Da fällt mir nun wirklich ein Stein vom Herzen Euer Verschwinden hätte ich wohl nur schwer erklären können Aha, das ist deine einzige Sorge Ich habe schon kaum mehr zu hoffen gewagt Nach dieser langen Zeit Hatte ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet Ich will nicht wissen, wie lange du das schon in Stasi warst Ich mache ja die Sorge Ich mache doch gerade mal den zehnten Teil einer Stunde fort Also Tina aufs Ketten Ihr, also ich In eurer Abwesenheit sind einige Stunden vergangen Äh, was? Wir haben doch hier jetzt gerade mal fünf Minuten gekämpft? Wie, ihr wollt mich wohl verkohlen Äh, was? Also ich verstehe ihn nicht Wie ist das möglich? Ja, fragen wir lieber so Keineswegs Es scheint so Als habe mein Limbo-Schild auch die Sphäre der Zeit berührt Als ihr mich vor der Tür vorgefunden habt Sah es wohl so aus, als wäre ich eingefroren Ebenso der eingeschlossene Feuergeist Werden wir im verlangsamten Fluss der Zeit Im Inneren des Schildes den Feuergeist bandet War seine Strömung außerhalb der Höhle ohne Hindernis Eine andere Erklärung gibt es für dieses Phänomen nicht Hm, Fluss der Zeit Der Tust, Tust Ja, toll Magiergewisch Mag sein Jedenfalls ist das Feuerwehr erledigt Der Aufruf vor dem Turm hat sich jedenfalls Ich konnte die ganze Sache in Frieden klären Es war ja genug Zeit Und nicht nur das Äh, was noch? Nachdem ich Hesindiane aus meiner Stasis befreien konnte War ich darum bemüht, den Riss zu den Sphären zu versiegeln Doch musste ich auch den Zeitenschild aufrechterhalten Schließlich Wart ihr ja noch dort Aha, ja Also er hätte uns fast umgebracht Das Elementar hätte entkommen können Wenn ich weitermache Also Äh, wo war ich? Äh, ach ja Äh, toll Ihr habt der Wissenschaft und, äh, äh, natürlich auch mir und der sterblichen Welt Einen unschätzbaren Dienst erwiesen Und aus diesem Grund sehe ich mich dazu veranlasst Euch wie folgt zu entlohnen Da bin ich mal gespannt Dieser Magier Nehmt ihn als Belohnung Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen Äh, habt Dank, Magister Bookbar Nein, ich habe zu tanken Tja, was soll ich sagen? Ich werde hier wohl erst mal Ordnung schaffen müssen Bevor ich meine Forschung hinfortsetzen kann Lasst euch aber nicht davon abhalten, mich hin und wieder zu besuchen Hm Das werden wir vielleicht machen Äh, erst einmal Wunden heilen Wir stehen ja, krächzen hier ja gerade alle rum Ich verstehe nicht, was ihr habt Das Labor sieht doch aus wie immer, Meister Ach, was weißt du denn schon Hilf mir, lieber Ordnung zu schaffen Geh nach oben in mein Arbeitszimmer und hol mir die Liste mit dem Laborinventar Ich muss herausfinden, was alles zu Schaden gekommen ist Okay, wir haben noch das verrückte Inka-Quest Und Ansonsten Hat er mir noch was zu sagen? Oh, Besuch Ich habe wenigstens Kommt ihr meinen Rat zu suchen? Äh Erstmal gucken wir, was du uns anzubieten hast Geschweide der Raya Charisma plus eins Und das andere, Charisma plus eins Ein Magister-Rapier Quano hat seinen eigenen, gell? Vulkanglas-Täuche Ich habe nie begriffen, wofür die gut sein sollen Ich meine, die haben Waffen-Mali Und nichts Besonderes Aber egal Und eine schwarze Magier-Rove Wir brauchen nicht wirklich was von dir Kannst du uns vielleicht was lernen? Kannst du dir meinen Rat zu suchen? Oh ja, fein Nur bin ich gerade sehr beschäftigt Leider Eigentlich bin ich immer beschäftigt Ihr könnt aber das Buch der Zauberkunde In meinem Arbeitszimmer benutzen Es enthält alles, was ihr zum Lernen braucht Ah ja Hat mir sonst noch etwas Oder kann ich weiterarbeiten? Nein, dann arbeiten wir weiter Gucken wir uns mal das Buch an Was ist nur noch etwas